So, können wir ankommen, ne? So. Und... Reiseveli Nummer 1, ne? So, hm? Ja, siehst du das, so? Bist du der Nummer 1? Reiseveli, komm her! Hallo! Hallo, hm? Hallo, hm? Hallo, komm her! Hallo! Was ist wieder los, hm? So, hm? Wollen wir jetzt verabschieben uns hier, ja? So? Wollen wir uns jetzt verabschieben, ja? So? Alter, Schicker, ne? So? Hm? Gehst du auf die Reise? Ja? Gehst du auf die Reise? Hm? So? Hallo! Hallo, hm? Willst du nur Süßwagen oder nicht? So? Hm? Ja? Wie alter Geier, ne? So! Morgen geht's auf die Reise. Ich bin Nummer 1, hm? So! Und tschüss, ja! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Hau ab! 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 So, sagst du Tschüss, hm, guck mich mal an, da, sagst du Tschüss, hm, ja, ne, komm, schon wieder da oben, hallo, so, und das haben wir noch, ne, so, so, nun geht er auch mit dem Spiel und sagt Tschüss, ab, hm, jetzt willst du nicht mehr weg, hm, jetzt willst du nicht mehr weg. So, so gehst du Stefan, ja, so, nach Miesbach, ja, mit ein bisschen Weiß drin, ja, so, hm, willst du da hin, komm hier an, hallo, hallo, komm her, ab, so, ne, auf zu Stefan, ne, ja, hallo, von der anderen Seite auch noch mal gucken, ja, sag mal, hallo, Stefan, hallo, Stefan, fliegen kann ich auch, wie eine Rakete, ne, komm her, so, ja, so, so, Hallo, ich hoffe ich zu Fall dir, wo gehen wir hin, nach Meckenheim, ne, so, ja, so, so, Carina, hm, komm her, hopp, hallo, ne, so, Carina nach Meckenheim, ne, ist das schön warm heute, so, hm, ist das schön warm, so, ja, so, ja, alter Bursche, du, ne, ja, heiße Füße hast du auch, ne, so, hast du heiße Füße, so, so, sag mal Tschüss, auf nach Meckenheim, ne, so, kleiner Adler, ja, ist so ein Adler, so, hier kommt der Vogel für Gabriele, ne, Gabriele aus Grünwald, ja, so, hallo, guck mal an, willst du da hin, hm, willst du zu Gabriele nach Grünwald, ja, ne, so, 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 und du gehst schon mal nach Rotenberg, ne, aber erst nächste Woche, ne, so, hm, hallo, komm mal her, hopp, Hallo, was soll das, hm, so, Angst vor der Kamera, hm, so, du gehst nächste Woche zusammen, ne, eine Woche Spätung hast du, ne, okay, alles Paletti, so, jetzt darfst du wieder abhauen, komm her, willst du, ne, okay, dann bleib da oben sitzen, tschüss, hallo, ne, du gehst morgen auch auf die Reise, So, sag mal, tschüss, ein bisschen ins Licht, ne, damit ich dich sehe, ja, dann kommst du auch in einen reiselustigen Film, ne, so, gute Reise morgen, ne, ich glaube, geht der Leipzig, ich weiß nicht genau, aber ich glaub wohl, so, tschüss, kannst du auch fliegen, kannst du auch fliegen, dann hallo, tschüss, 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 t Da hat noch Ärger und jetzt geht's wieder, ne? So, komm mal her. Noch ein Reise-Böli, ne? Wer weiß es? Komischerweise, jetzt ärgert er mich in die Kamera, mir ist ja nicht mehr heute, ne? So, ne? Nicht in die Kamera. Komm mal her.